Jetzt ist die Tür wieder zu. Also, weiter geht's. Gehen wir wieder zurück. Ich speichere mal hier. Falls ich vollkommen in die falsche Richtung laufe. Ah, ne, da war nur dieser Kerl drin. Hier war nichts mehr. Sind das Fliegen? Was für geile Fliegen, ey. Riesenteile. Okay. Lade Daten. Ich schätze, ich bin auf dem richtigen Weg. Aber vielleicht auch nicht. Ne, aber ich kann mir nichts anderes erklären irgendwie. Muss eigentlich so sein. Aber wofür haben wir das angemacht? Weiß ich immer noch nicht so genau. Ich glaube, da kommen wieder welche. Ich nehme mal die Shotgun diesmal. Ich bin auf dem richtigen Weg. Sonst würden hier nicht die Gegner wieder auftauchen. Ach so, na klar. Wir haben noch mit diesem Typ geredet und sollten dieses Teil wieder anmachen. Ich bin auch ein Schlaumeier. Okay. Da liegt ein Mad Kid, falls ich es mal bräuchte. Oh, ich werde das nicht mehr machen. Ich werde es nicht mehr machen. Ich werde es nicht mehr machen. Du wirst nicht mehr gehen ohne mich. Ja. Mach' den Flug start. Ich spür die Luftstelle für dich, von hier. Das ist am wenigstens ich kann das machen. ich soll den zug zum laufen bringen ich blöd oder mich blöd was genau also da sind schienen ich muss dieses scheiß vier aber los werden erst mal go on get the train started out okay ich muss da runter glaube ich schon die frage wie werde ich das scheiß viel los ich bin ich doch gerade hergekommen oder mann ich traute gibt ja auch gar keinen sinn zum runden gehen und so was mache ich jetzt mit diesem scheiß viel wird muss ich ihnen doch irgendwie killen aber irgendwie hat es ja nicht funktioniert das letzte mal zwar ja arschloch dass solche dinger irgendwie benutzen ich habe einen haufen davon gekriegt aber irgendwie ich kann also wenn ich auf den schieße das stört er nicht mal wirklich nicht wirklich hier ist irgendwie vielleicht richtige richtung oder so ok also ich glaube noch mal da ist ein kabel auf jeden fall sehe ich gerade von geht dann muss ich einfach flüchten wohin war das jetzt da um die ecke da drüben bin ich hergekommen da ist der tür vielleicht kann ich mich blind als splinter cell mäßig vorbeischleichen hey kumpel gehst du mal aus der tür da raus ich glaube ich mag mich nicht okay das war nicht so glorreich aber munition brauche ich wirklich nicht verschwenden für den kerl hallo ja der sack kann ich denn irgendwie ablenken ich habe keine lust meine ganze energie zu verlieren wegen da war doch irgendwas mit diesem knöpfchen dafür ich kann auch hier durch los komm schon oh er läuft mir hinterher er läuft mir hinterher bewegt mich korben hüfe scheiße ich verstecke mich mal vielleicht läuft er dann wieder weg wenn er mich nicht sieht schön wärs kann sich nicht so ganz entscheiden glaube ich einmal aber er kommt er kommt hoch da au 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 mein arsch was ist das scheißvieh da liegt noch im arm den arm hättest du euch mitnehmen können alles klar ist das mein zug ich speichere jetzt gleich mal ich glaube das ist nicht mein zug wo ist mein zug wo ist mein zug das ist er glaube ich nicht oh da ist Anzug Energie Gott sei dank Gott sei dank Gott sei dank Gott sei dank hier liegt noch zwei grupp sehr schön das nehmen wir mit auf meinen wagen da so dann brausen wir mal los na toll das wird bestimmt eine lustige fahrt alles gut kumpel danke für deine hilfe so gehen wir mal gummi vielleicht wird es gleich wieder geladen hey 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 es ist freeman ja warte mal ein bisschen ein von deinen Wissenschaftler sagte er dir ein menschen okay äh du solltest dieses alte russystem nach einem satteliten oder so ich weiß nicht wo es ist genau der alte Mann war so schrecklich zu sein dass er nicht so schrecklich zu sein dass er mir nicht gedacht hat zu stoppen und zu erzählen auf jeden Fall das Hauptsache ist die Militärin abortiert den Flugzeug also wenn du den Roket findest wenn du den Roket findest wenn du den Roket findest dann musst du nach dem Kontrollstuhl und erzeugen sie dir selbst du sagst etwas über eine Lambda-Team die brauchte ein Satteliten in Orbit wenn sie überhaupt diese Messe jetzt gehst ich stehe und helfe irgendwelche anderen Stragler äh okay darf ich nochmal an deine Bui hier reinschauen naja alles klar hau rein ups oh Gott es geht noch weiter runter oder was ich hasse euch jetzt wird geladen ok ja ehrlich gesagt habe ich keine Lust dass es weiter runter geht also wir sollen eine Rakete starten die das Militär abgebrochen hat also den Start abgebrochen hat für die Rakete mein First Aid Kit ist immer noch da ich lass euch mal kurz die Musik genießen oh fuck ich höre irgendwas aber Schienen ich speichere lieber nochmal ich höre irgendwas rumstöhnen ah da drin aber ich glaube da schauen wir doch mal rein brauche ich einen Shotgun dafür ne dann kriege ich auch so platt ah süßer ah alles klar Perf ist noch voll ok wirklich was gebracht hat es mir nicht weiter gehts weiter gehts nochmal speichern da sieht echt hübsch aus kann man einfach nicht abstreiten haben sie es schon viel Mühe gegeben auch mit der Belichtung und so da halt an das war knapp jetzt kann ich das Vieh nicht kaputtschießen ich muss mal zurückfahren alles klar weiter gehts weiter gehts jetzt hätte mich das Vieh jetzt aufgefressen na es geht wieder bergauf das hat so ein bisschen was von so einer Wildwasserbahn gerade so am Schluss wenn man wieder hochgezogen wird da war irgendwie eine Treppe und sowas aber ich glaube das bringt eh nichts ich fahre nochmal kurz zurück hätte ich da vielleicht mal reingucken sollen ne aber die Tür sieht nicht so aus als würde sie aufgehen nevermind weiter gehts hm es ist so still es geht noch schneller nein mein Dings ist gerade runtergefallen glaube ich egal ich hätte es wahrscheinlich eh nicht gebrauchen können oder vielleicht schon aber ich werde bestimmt noch andere Halfkits finden oh Gott was ist das Freundchen Hallo Hallo Überraschung Halt nein nicht wegfahren Halt Generator oder so hier ist nichts nützliches ok und weiter ich speichern mal äh komm schon noch mehr von den Viechern ich nehme mal wieder meinen Revolver Hallo das war ein Volltreffer das war ein Volltreffer ich habe ehrlich gesagt keine Lust auszusteigen wollte ich gerade sagen aber jetzt steige ich doch lieber aus ok ok secure access geht auch nicht auch tot ok dann gehe ich wohl doch zurück ok ok oder so da drinnen mal kurz schauen komm ich da irgendwie rein ach so nicht boah oh bitte nicht ich will nicht schwimmen das darf jetzt nicht wahr sein manual override manual override ah ok kann ich da rüberspringen ich werde verrückt ha nicht schlecht ok den kriege ich nicht raus dann ist doch hier bestimmt noch irgendwo ein anderer Stecker den ich dann da auf die Seite oh Gott ich sehe gar nichts da ist er oh ich habe Angst äh äh dass hier ein Vieh drin ist das mich kaputt macht das mich kaputt macht ok und jetzt manual override äh äh ok ah alles klar aua 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 kommt die Leine noch eins noch ein scheiß Vieh da kann ich jetzt irgendwie da rein vielleicht bitte da ist ein Kackvieh drin da ist ein Kackvieh drin